Uiuiui, jetzt hatte ich fast vergessen, Herodes Talk aufzunehmen. Ich musste nämlich noch Hausaufgaben machen. Mein DS ist nämlich von der Wäschetruhe mal gefallen. Hier, deshalb ist das Scharnier jetzt gebrochen. Und wenn ich jetzt einschalte, ihr könnt das vielleicht sehen. Also unten ist ganz normal, aber oben ist der einfach nicht mehr. Zeigt nichts mehr an. Deshalb kann ich jetzt keinen DS mehr spielen. Aber ich habe mir auf dem Flumab vor ein, zwei Jahren oder so einen neuen gekauft. Und der Slide hier. Und der hat ein viel besseres und stabileres Scharnier hier. Und wenn ich jetzt einschalte, ich mache es mal eben. Tada, beide funktionieren. Jo, das wollte ich jetzt auf jeden Fall nur noch erzählen. Denn Eins war noch. Ne, war nix mehr. Na gut. Tschüss. Tschüss. Untertitelung.